So, heute gehe ich wieder auf die Straße und ich repariere einfach alles, was ich finde. Das mache ich. Deswegen bin ich ja da. Du kannst mich anrufen und ich repariere deinen Anruf. Ich kann auch ein Autoreifenwechsel. So, zack, 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 mit einem 3CK5CK5B-Schlüssel. Zack, 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 pam, pam. Und raus und rein und rausrollen und zack, ja. Es geht, es geht. Es ist möglich. Es ist möglich. Es ist im Bereich des Möglichen, dass ich das hier wieder repariere. Weil ich repariere einfach alles, okay? Heute gehe ich mal auf die Straße und begieße alles. Heute bekommt jeder Wasser. Ruf mich an und dann gieße ich das Wasser über das Telefon. Ich gieße hier den Ast und dann fliegt er. Es ist möglich. So, papapap. Und gupp. Es ist auch möglich, diesen Mülleimer mit Wasser zu begießen. Wassermarsch. Und das Wasser läuft. Wassermarsch. Wasser läuft. Ich gieße Wasser auf das Schild und dann hat das Schild Wasser. Wassermarsch. Wassermarsch. Mit dem Wasser kann ich auch die Luft begießen. Ich kann auch die Luft begießen, besprenkeln. Die Luft. Und dann ist die Luft ganz nass und sauber. Heute gehe ich mal auf die Straße. Staubsaugen und sauge mal alles weg hier. Ganz wichtig, auf das Gras. Staubsaugen. Luft, Luft, Luft. Mal jetzt hier schön die Straße staubsaugen. Hier, die Straße. Ganz wichtig, auch den Staub von dem Fensterleden wegmachen. Suppidi supp, suppidi supp. Ich sauge auch die Palmen, dass sie sauber sind. So, Dala. Jetzt gehe ich wieder reparieren. Wenn jemand Feuer haben wollen würde, könnte ich auch die Kerze reparieren. Es ist auch möglich, dass ich das hier reparieren werde. Ich kann auch das hier reparieren. Es ist möglich. Jetzt wurde ich hierher geschickt und jetzt werde ich das auch wieder reparieren. Ich repariere heute. Ich repariere morgen. Ich repariere übermorgen. Ich repariere. Ich gehe jetzt wieder reparieren. Das ist wichtig. Ich liebe reparieren. Ich liebe. Du kannst mich anrufen, wenn du was brauchst. Und dann repariere ich das, was du brauchst, was ich reparieren soll. Ich kann nur reparieren den ganzen Tag. Es ist möglich, dass ich diesen Zaun repariere. Soll ich was reparieren bei Ihnen? Okay. Nein? Okay. Jetzt gehe ich wieder auf der Straße reparieren. Ruf mich an und dann repariere ich, was wir im Anrufer handelt haben. Ich repariere diese Schuhe und dann passt die Schuhgröße auf deine Hand. Es ist auch möglich, diesen Bananenkarton zu reparieren. Man muss nur drehen. Es ist möglich. Heute gehe ich auf die Straße und koche. Ruf mich an und ich koche dir Rigatoni-Pasta. Ich koche auch für Hunde. Ich koche auch, obwohl ich mich in Bäumen verstecke. Heute gehe ich auf die Straße und fotografiere. Das mag ich. Ruf mich an und ich mache ein Foto von deinem Handy. Ich mache sehr gerne Selfies auf Bänken. Ich fotografiere gerne Wolken, wenn sie ausschauen wie Elefanten. Ich fotografiere auch Atome auf Pflanzen. Heute gehe ich auf die Straße zocken. Warum lädt es nicht? Warum lädt es nicht? Ich habe auf Ducken gedrückt und nicht auf Springen. Ich habe auf Ducken gedrückt. Ich würde jetzt gerne ein anderes Auto wählen, aber ich weiß nicht wie. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade auf die Straße gehen und reparieren, aber ich finde meinen Schraubendreher nicht mehr. Es ist einfach... Ich werde nie wieder reparieren können. Regen macht mich nass. Mach mir nass. Oh Gott, mach mich nass, Regen. Es ist so schlimm. Ich werde nie wieder reparieren können. Nein. Heute gehe ich wieder reparieren. Ruf mich an und ich rufe zurück. Es ist möglich, das hier zuzureparieren. Mach ich auch eine Absperrung hin, dass das jeder dann sehen kann, dass ich repariere. Es ist auch möglich, dass ich Schiffe repariere. Es ist im Bereich des Möglichen. Ich gehe ich gießen. Jeder bekommt Wasser. Ich gieße auch den Brunnen, dass der Brunnen Wasser hat. Wasser und Wasser ist doppelt Wasser. Ruf mich an und ich gieße Wasser über meinen Kopf. Ich gieße Socken und dann werden sie zu hüten. Ich gieße auch einen großen Wasserfall, dann kann man runterspringen. Wasser am Arsch. Heute gehe ich wieder reparieren. Es ist auch möglich, diesen Gulli zu... Nein, jetzt habe ich es verloren. Ruf mich an und ich mache einen Backflip. Ich repariere auf Fahrräder. Gib mir einen 50K 50B-Schlüssel, dann mache ich hier wieder Glas rein. Das ist im Bereich des Möglichen. Heute gehe ich wieder Fußball spielen. Ich habe nur den Ball berührt. Ich habe nur den Ball berührt. Bitte, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich bin noch Torwart und stelle meine Mauer. 3, 4, 3, 4, 3. 4. Ach, ach, das war doch... Heute spiele ich wieder Fußball. Ich schieße auch Tore. Hoppala. Entschuldigung, du musst doch über die Seite mal kommen, über die Seite musst du mal... Ich spiele auch als Torwart. Ich umarme den Ball, dass es dem Ball gut geht. Der Ball ist leider geplatzt. Heute repariere ich wieder. Ich repariere die Parkbank, dann gibt es auch WLAN. Ruf mich an und ich komme mit dem Bürostuhl zu dir. Ich repariere das Raumschiff, dann kann der Astronaut nach Hause fliegen. Es ist möglich, diese Stromkabel zu reparieren, dann hast du wieder Strom. Heute gehe ich auf die Straße kochen. Ich bin auch ein Lieferservice. Ich koche auch für Automaten. Yummy. Manchmal mache ich Pause und dann werde ich zu einem Ritter. Ruf mich an und ich mache aus einem Autoreifen Risotto. Heute gehe ich wieder auf die Straße reparieren. Ich hole die Reparierkraft aus dem Brunnen. Es ist auch möglich, die Rampe zu reparieren, dann kann ich wieder sliden. Pause, Päuschen, Basketball. Ich bewerbe mich für den Winterdienst. Heute gehe ich wieder auf die Straße und ich koche für alle. Ab in den Ofen, eine Million Grad. Ich koche auch mit Laura. Tortellini-Pasta. 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 Willst du Tortellini? Ist Ketchup dabei? Heute gehe ich wieder reparieren. Ruf mich an und ich repariere den Helikopter. Ich repariere das Wasser, dann fließt es nach oben. Es ist möglich, diesen Bürostuhl zu reparieren, dann hat er einen Düsenantrieb. Ich repariere auch Fotoshootings. Heute gehe ich wieder auf die Straße reparieren. Ich nehme die ultimative Reparaturkraft. Wollen Sie einen Boxenstopp haben? Ja. Und hier habe ich die Straße aufgerissen und die wird jetzt repariert. Heute repariere ich alles. Es ist möglich, die Leinwand zu reparieren, dann kann ich wieder her Ringe schauen. Ich repariere auch diese Kartons. Ich repariere diese Uhren, dann komme ich nicht immer zwei Stunden zu spät zu meinen Terminen. Heute repariere ich in Wien alles, was ich finde. Ich repariere diese Ampel, dann passieren keine Unfälle mehr. Es ist möglich, diese Maschine zu reparieren, dann hat Wien wieder Wasser. Ich repariere diesen Gabelstapler, dann gabeln wir durch die Gegend. Heute repariere ich wieder alles auf der Straße, was ich finde. Ruf mich an, dann repariere ich bei dir zu Hause. Ich kann auch den Reifen hier reparieren, dann brauche ich Sonnenblumenöl. Es ist im Bereich des Möglichen, dass ich dieses Schild repariere, dann kann ich wieder Ritter spielen. Dramatische Musik zum Schluss.